Freunde, was geht ab? Der Tag ist gekommen, beziehungsweise er neigt sich auch schon langsam am Ende zu, wie ihr sehen könnt. Die Sonne geht unter da hinter mir und Essen-Stadt-Derby. Ich habe richtig Bock. Ich gehe jetzt ins Stadion, habe noch eine kleine besondere Aufgabe jetzt vor mir, weil ich mir vorgenommen habe, beim Stadtrat ins Stadion zu fahren und ich glaube, jetzt sind so, keine Ahnung, Minusgrade auf jeden Fall. Ja, aber ich nehme euch heute natürlich wieder mit und hoffe, dass euch das Video gefällt. Ich werde mal schauen, wie ich euch mitnehmen kann. Ihr wisst, Stadion-Blogs sind bei mir ein bisschen anders, weil ich keinen Bock habe, im Stadion irgendjemanden zu belästigen oder zu filmen und da muss ich irgendwie ganz doll aufpassen und das tue ich auch. Deshalb lebt es mir nach, aber ich versuche euch trotzdem irgendwie alles so gut wie möglich zu zeigen. Und ansonsten, ja, nehme ich euch jetzt erst mal mit auf die Radschutz im Stadion und dann besprechen wir alles Weitere erstmal da. Bis gleich. Okay, ich muss kurz nochmal anhalten, denn Hamburg zeigt sich heute auch wirklich für das Spiel von seiner allerbesten Seite. Ich bin gerade obviously an der Alster und ich versuche gerade mal. Ne, den Bunker sieht man nicht ganz von hier. Auf jeden Fall die Richtung, da wollen wir hin. Da geht es jetzt einmal rum. Aber ich muss da einmal anhalten, gut tut es an. Also, wenn das kein gutes Ohm ist. Ich bin tatsächlich gar nicht in der Lage loszulassen, weil meine Hand schon eingefroren ist. Boah, ich habe mich jetzt in den Innenstadt abgesperrt gefühlt, ey. Okay, kennt ihr dieses Gefühl? Also so dieses kurz vorm Stadion Gefühl? Das kommt gerade richtig auf bei mir. Also, die Stadt ist gefühlt abgesperrt. Ich weiß, das sieht man den Heli noch irgendwo da oben. Man hört ihn auch selbst. Aber jetzt ist komplett das Chaos ausgebrochen. Ich komme dem Stadion immer näher. Ich habe gerade das Stadtrad abgestellt. Kurzer Hinweis an der Stelle. Stadtrad, immer geil. Also, umgezahlte Werbung, aber nutzt das Stadtrad, wenn ihr könnt. Ja, jetzt kommen wir gerade an. Da geht der Spaß auch schon weiter. Hier ist das September. Ach so, hier stehen sie schon wieder alle. Schauen wir mal, was wird, Freunde. So, ich bin jetzt auf dem Spannend, sofern es möglich ist. Ich habe meine Karte. Ich muss mich nichts mehr kümmern. Vielleicht jetzt noch kurz was trinken, was essen und so weiter. Äh, ja. Hey, no joke. Wie knapp ist das eigentlich? So, das ist jetzt Viertel nach vier, also eine Viertelstunde vor Einlast. Ich hoffe, man kann mich so stehen. Ihr wisst, ich kann mich einfach so draufhalten hier. Deswegen versuche ich euch so ein bisschen cineastisch mitzunehmen heute. Ähm, kurz ein paar Hard Facts. St. Pauli Erster, HSV Zweiter. Uns trennen drei Punkte und sechs Tore. Ähm, das ist aber heute alles schon egal, denn heute geht es wirklich nur ums Gewinnen. Also, ähm, ja, und es brodelt so langsam. Und nochmal, um das klarzustellen, also diese ganzen Maßnahmen, es ist natürlich gar keine Frage, dass es die braucht. Ähm, kann ja die beiden Horden nicht so gegenseitig aufeinander loslassen. Und man hört es auch schon irgendwie wieder an allen Ecken und alten Knallen. Und man hört den Heli über Eisblaulicht. Das ist jetzt schon, ja, ich weiß noch nicht, ob schon irgendwie was Großartiges passiert ist, aber es brodelt auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass es dann auf dem Platz auf jeden und wenn man später knallt. vor allem. So Leute, ihr könnt es hören. Die Aufstellung haben wir durchgegeben. Ich gehe jetzt rein. Freundlicher Bock. Kommt mit. Auf gehts. Die Fertz gehen, der wir durch die Städte. Oh, 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 oh. Das ist von Sack Hauli. Das ist meine Heimat in Hamburg, da bin ich zuhause. Wir haben die Lichter, die Sehzucht, begleiten das Schiff, hier die Ferne laus. Der Hafen, die Lichter, die Sehzucht, begleiten das Schiff, hier die Ferne laus. Das Herz von St. Pauli, das ruft mich zurück, denn dort an der Elbe, da wartet mein Glück. Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat in Hamburg, da bin ich zuhause. Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat in Hamburg. Das Herz von St. Pauli, das ist mein Heimat in Hamburg. Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat in Hamburg. Das ist ein ganzes Geheimnis. UNTERTITELUNG UNTERETITELUNG Simply reduce the effect! WE'LL THEM OVER. Das war's für heute. Das war's, das war's. Oh, Freunde, was soll ich sagen? Das Video nimmt jetzt ein abruptes Ende, aber ich muss das ein bisschen noch verarbeiten. Das stört sich natürlich an wie eine 2-2-Niederlage. Da können die Hamburger echt von Glück reden, dass sie es noch gepackt haben. Aber ich muss sagen, ich glaube, es lag auch echt krass am Platz heute. Also da können wir ja gar nicht unser Spiel irgendwie auf den Platz bringen bei dem Platz. Und ich hoffe, dass euch das Video dann noch gefallen hat, kurz und knackig. Und ja, dann sehen wir uns aber auch schon direkt im nächsten Video. Denn von der Auswärtsfahrt in Osnabrück mache ich auch einen Vlog. Da ein bisschen ausführlicher, da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne abonnieren, liken, kommentieren. Und ja, wir sehen uns im nächsten. Ciao.